Was machen die Bullen hier? In besonderen Umstände halte ich es für richtig, die Angeklagten ins Gefängnis zu schicken. Zumindest für so lange, bis die Beweislage klar ist. Was? Haben Sie den Verstand verloren? Mein Name ist Jamie Moore. Ich bin hier Kommandant der Wachtruppe und ich heiße euch herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Blackfood Bars. Ich habe gehört, die erste Nacht im Gefängnis soll die schlimmste sein. Was sollen wir jetzt machen? Da uns das Gesetz im Stich gelassen hat, haben wir keine andere Wahl. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, hier auszubrechen. Und wie stellst du dir das vor? Ich habe keine Ahnung. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Ab jetzt noch sechs Tage. Früher oder später wirst du noch kommen. Dein anderer Bruder, ich glaube... Romeo war sein Name? Ja. Ich möchte, dass du ihn beseitigst. Er weiß einfach zu viel. Wenn man weiß, was das bei mir war. Ich möchte, dass du ihn beseitigst. Vielen Dank.